Hallo, ich sehe Alvin Eiffelt und ich lade an bei diesem Programm, das ist eine Zeit, die wir in Bolivien haben, wie wir da eingeladen haben und ich lade an, diese Programme zu kümmern. Ich entschuldige mich für das Audio, was nicht alle sehr klar sind, wenn es wir reden haben und wenn es nicht öffentlich ist, aber trotzdem möchte Gott die Sehne, dass die Wirtschaft heute ankommen kann. Wir können von Leuten, Kapitel 7, die erste Fahrt lesen, wir können mal eine Fähre die erste Fahrt lesen. Erst nochmal, nochmal, also vom Leuten, die erste Fahrt, Kapitel 7. Und du wolltest das Leid nehmen für deine Früh lesen, ja? So, wann das erst einmal zu kompliziert wird, dann wo ich, wenn das gesagt wird, dann da ich eins von Fährhöhle, ja? Also ich würde eine Bibel lesen, Leid Kapitel 7, kommst du dann mal lesen. Komm, komm drei, du bist alles, was ich mir wünsch, los mich sein, weil du daunst. Der letzte Bibel hier. Noch wieder, ja? Woran wirst du sein, wann er hier so daunst, als Armeien am Komp? Diener Fäigloten schmacken Schollern die Menschutz, meine Prinzess von Fäig. Und sie nachmal dort von der Fäigloten, bloß nicht lesen, bloß lesen, sei, so ist das erst. Nachmal der von der Fäigloten, ich lesen, wenn da, sei, nachmal. Traum ein Fäigloten? Ja. Setz mal. Und es kostet aus meiner Niede, aber ich höre Trüppel, sei, die sehtet nur nichts. Aber wir haben Trüppel positive Sachen zu sein. Wie wollen die Lieder, sei, positive Sachen? So wollen wir wieder lesen, das war nach Bränzlicher. Dinge Schenke sind dran, was? Ne. Ich weiß, was? Das wird kommen. Dein Schnauze Lenkenhahn geformt hat Dein Schnauze es rand es ne kam dort nicht ladig war ans Wort von Anson Wien en den Böck es so gauden en rand es ein Kloppen verlegt der Brunner Wind Brunner Welt greift Dei Rund Rund Schmack 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 leidah haf tostune Dei Brust es ein Pung Gäuze Gäuze den Haut er S Warte S der ist verlesen S nicht an den lese nicht ich habe gesagt Für das ist es früher aufsichtbar, dass ich allein den Versen bekomme, nicht? Ich glaube, der hat sich dann niemals vererstellt, dass ein Mensch so eine Sache zu hören, oder? Interessant, nicht? Aber die lassen mich immer in der Bibel und die Bezeichnung daran noch, oder? So, nach einem, wer lässt mich nach Kapitel 4, der erste Versch? Äh, Leute, Kapitel 4. Mühe hat denn alle angegült. Warte! Entschuldigung, wer habt ihr gelesen? Kapitel 4. Nachwerten. Nicht alle, die gleich. Lass abrückt, lass einen mit einer kommen. Aber die lautet sich mal, meine Schönste, die lautet sich mal, Ja. Dine Jungen, von hier, den Schleier. Und die sind so oft aus der Tür. Und so aus Kosen von Gilead sträumen. Sie hängen die Hohen von denen ab. Dienetehnen die Stöhnen aus Schuh. Den Pferde. Dann fang, wo ist denn abkommen. So. Pferde. Seid ihr Fan. Ihr seid, wer schmackt, der seid ihr, der ihr und so was Ola. Äh, wir haben doch verschiedene Texte, die ihr hier zuerst. Befalls sie da mal wieder zeigt. Fan. Jetzt scheint das. Für diese 2.1 Applaus, sehr dankeschön. Ihr habt doch gebeten. Besitzt ihr deinen Partner? Besitzt ihr deinen Morgen? Besitzt ihr deine Früh? Ihr habt da eine Beschreibung. Und wenn ihr nicht geht, wird die Follete eine Bibel lesen. Und an der Woche, wenn ihr gesetzt, wo kämpft ihr euch? Ich möchte euch alle mal einen Partner ticken. Tick dir mal, wie ihr sagt. Ich habe nicht einen Bock genommen. Tick dir mal. Tick dir mal. Tick dir mal, mein Freund war. Tick dir mal, was hängt das mit dem Partner ticken? Tick dir mal, ich hab dann. Tick dir mal, ich hab dann ein paar Mal. Tick dir mal, ich hab dann ein paar Mal. Das muss ich jetzt mal eins von, wenn wir in einem Partner ticken, äh, und mit dem Gnarrer fährkommen. Tick dir mal. Tick dir mal, was hab ich nicht gesagt. Tick dir mal, was hab ich nicht gesagt. Die Lehre der nächsten scheint zu sein. Hier sagt der Scheine wird. Hier sagt der eine Bibel. Der Mann. Wenn du sagst, ein Teil für den Frühstück und ein Teil für die Männer wird das alles sagen. Und was das Teil von der Scheine Sache sei, der kostet uns. Wenn sie sei, er hat das Deutsch mit dem Wort dabei, ich kann das nicht sagen. Wenn mein Paar mit 3.7, die ich habe, konnte lehre in der Computerbrücke, dann wollte mich keiner auf der Welt noch vertellen, weil das eigentlich nie in die Lehre kommt. Das war angebildet. So, wir können nie die Sache lehre. Einige Sachen sind wir nicht ohne jemanden, aber wir können nie die Sache anwarnen im Leben. Eine wichtige Sache, wenn ich noch mal über Kommunikation rede, das nächste Wort scheine es sei. Aber wenn es, wie nicht bloß alle scheinen Tiere und dort hinsicht sie scheinen, dann wird es praktisieren. Vorher handelt alle, eins sei scheinen dort nicht die Fähre ohne sie. Wenn die Töchern an den Menschen angst, dass die Fähre gewonnen wird, was ich nicht will, weil ich denke. Wobei ich auch noch nicht so sage, ich habe noch verschiedene Sachen drin. Was ist dann mit denen? Eins, was sehr scheine es ist. Es ist die erste Rede von Bockenobel, dass die so schmackt Sachen, die andere Rede von der EU und so weiter. Aber ich möchte, dass die nur eins eine scheine Sache, die ihr Partner sei. Eins, was in dem Fall. Du kannst ihm sagen, die erklärte, die erklärte, die in Bockenobel sind schmackt, oder die mit Hände, oder die. Eins, was schmackt. Kann ich ihm eins, was positiv mit ihr Partner sei? Sag ihm, was geht es? Nö, kommst du doch zu sein, dein Partner. Sag ihm, was geht es? Ja. 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 Ich glaube, heutzutage möchte das immer mehr mit einer Welt nicht schildern das Ganze Mogenschぉ Ana Hissedit, ich würde zum uns an dem Zelt sein, vielleicht kennst du vielleicht Here Even- Altstadt hin, wo der geht? Entschüller mich, dass ich noch 100 Leute verlese das. Wer kann das ganze Dom aus- freshen und so? Ja, wo sage ich mir den nächsten? Wenn man dort noch einen anderen Text sieht, wird es gesagt, in Epheser Kapitel 5, Vers 21 wieder. Da weiß ich auch, wenn ich das in den Jugendlichen habe, dass mir jemand kommt, der in Plotisch lese, Epheser Kapitel 5, Vers 21 wieder. Da redet man von der Rau, von der Früh und von dem Morgen, was die Ehe macht. Also in Epheser sagt es, ihr müsst alle Licht sein, dann sagt es, wenn die Ehe so sein, dann wird die Kinder ertröcke sein, wenn die Orbe da so sein, wenn der Chef so sein, und wenn die im Geist dann verdienen. Und wenn ihr das ganz besonders wisst, die Rolle vom Mond und von der Früh, dann könnt ihr nicht den Mond sein, sondern könnt ihr früh sein. Da kann ich diesen Text lesen. Ihr könnt nur, wenn die Welt ab da steht, dann wird die Lese Kapitel 5, Vers 21 wieder. Ja. Ja. Zeig den Einer zum Anderen, ihr Gefahrt für Christus. In die Früh sie die Nemaner, so ungedun und die dem Paren sind. Wenn sie morgen steht über seine Früh, so aus Christus über seine Jeman steht, für dich hat sie selbst Anjörg, ihr Helden zu sehen. So aus dem Gehäunt Christus ungedun ist, sie selber, so früh, in alles ihre Mane ungedun sind. Maner, sich in der Früh sie die Rüste gehört, aus Christus in ihr Mane gehört wird, und sich selbst verarmern, die in alles. Doch er erheben könnt, aus der Art wird, und aus dem Wurzel aus dem Wurzel gewaschen kommt. Doch heute sind die Juh und ich plakig, oder verknutscht, dass überherrlich in Asche liegt. So soll und auf dem Mane ihre Frühsruhe gehört sein, aus dem Gehäunt in der Tarbe. Wer seine Früh geht, ist es sich selbst geht. Doch auch Töner sind in der Flucht verschmessen. Ein Mensch versorgt und nähert sie in der Tarbe, so aus Christus, doch für seine Gemeinde. Wer es begleitet und den Tarbe sagt. Das ist, worum ein Mane zu der Mutter gelogen wird, um mit seiner Frühstück zu sein, und der Freiburg und Einfleisch zu sein. Seht es, ein gerettet Geheimnis, in ein Mane, der mehr Stürztes in den Gemeindeschulden. Ob auch alle Mane, die Mane sollen den Frühsruhen zu gehalten, was sie selbst und die Früh sollen so sagen, dass sie ihre Mane haben. Ja. In dem ersten, äh, ersten Fall lausste uns, Gisela, einat dem Ohren, weil sie die Mane schenken. Einat dem Ohren. Und selbst sie wurde, bräuchte im griechischen Urtext, aber sie sagt, einat dem Ohren schenken. Sie sagt, das Kreuz ist sie, einat dem Ohren schenken. So soll der Früh ganz besonders sich für den Mond schenken. Aber ihr sagt, schenken einat dem Anderen. Ein Lied sagt, das Lied in Spanisch. Und im Griechischen sagt, Gisela, einat dem Anderen unatum sein. Also der Früh soll der Mane unatum sein. Der Mane soll der Früh unatum sein. Ja, das ist richtig. Aber ihr soll einat dem Ohren schenken. Also ihr soll alle beiden schenken. Man muss nicht eine praktische Sache sein. So ein Mane zu Mane, die sagt, einat dem Ohren schenken, wenn die Bibel sagt, ganz klar, der Früh soll unatum sein. Und dann sagt die Bibel, und dann macht sie das da drin. Ja, das stimmt. Wir haben den ersten Teil der Lieds. Der erste Teil ist, der Mane soll sich für die Früh schenken, und der Früh soll sich für die Mane schenken. Wir hatten hier Wort, Ehe-Korris, die sind nach noch ein Jahr, und da machen wir ihn ja befrieden. In der ersten Zeit ist das immer ein Prozess, wie hat das immer so getan? Woffen klagen die die abstehen? Nee, das fällt dir nicht. Nee, das fällt dir nicht. Wann hat er schlug bekommen? Wann hat er eten? Wann tun wir eten? Jede Familie hat seine eigene Farme, wollen leben, und dann sollen die sich einer zu dem Anderen schenken leren. Und das kostet uns im Leben. Das kostet uns im Anderen zu schenken. Wo er sagt, Bös aus dem Partner sein. Meine Frau ist so wichtig, dass ich mich solle zu dir schenken. Und die Frau sagt, Mein Mann ist so wichtig, dass ich mich solle zu dir schenken. Und das kostet uns im Leben. Die größte Form, ans Charakter, ans echte Form im Leben, ist eine Ehe. Das ist schon gesteht, wo du zu zweit am Anderen schenken. Wenn wir uns schenken, wie heute jeder darf, und ich sage, ich darf das auch sagen. Was will ich damit sagen? Mit dem tunen sie es dort. Und mit all diesen Sachen, du sollst uns jemanden im Ohr schenken. Und du hast aber nicht einen Punkt. Du sagst das, im Herrn. Wie soll das, wenn es Jesus tun? Wann du deine Früh respektiert, wenn du deinen Mann respektiert, dass du nicht willst, Wann mein Mann dort wird, würde ich tun. Wann meine Früh dort wird, würde ich dir tun. Du hast keine Stimme zu tun. Du hast keine Stimme zu tun. Du hast keine Stimme zu tun. Du hast keine Autorität. Du hast eine Kamera. Du rufst ab dem Haus. Und ich sage, Männer werden wir behandelten. Jene Frühs. Frühs werden wir behandelten. Jene Männer. Und das sagt jetzt sogar wieder, in 1. Petrus Kapitel 3, Wann die Männer, in der Früh nicht, werden sie behandelten aus einem schwarzen Glas, aus einem Glas, von der Twego noch kommt. Wenn du dann nicht so stört wirst, dann gibt es dir Probleme an dem Gebet, als ich den Gebet dort nicht mal mit Lote an drehe, wie im Tag. Dann bleibt du ein, wo eine. Dann sagt er, du wirst nicht kommen, ich soll die Sache abhusten. Das ist ja behandelten. Also Nummer 1, es ist nur einer im Arm. Nummer 2, er redet dann, die Früh soll sich unterordnen. Was bedeutet denn, und ihr Arme? Vor zum Anfang, kommt wohl, der sagt, Gott, dem Alam, weißt du was, ich wollte ihm mal eine Frühmärke, das ist ja noch nie was in Frühmühlen. Wenn ich jemand wollte die Post, dann sagt er eine, die war eine Märke, die am B.S. Du wirst immer am besten immer wieder gewonnen. Aber ich war die eine Märke, die am B.S. die durchgreifte die Post, die dort ist dort ein Postmärkt im Leben. Dort ist, was ich ohr dünne im Leben. Der ungen da ist, der sagt nicht, dass er von ungenämmt. Der hat die Früh nicht von ungenämmen, von der Feig, der hat die nicht vom Kopf genommen, der hat die nicht vom Bock genommen, nicht vom Regen, von wo nehmt er die Früh? Von der Reppe. So. Und wo ist der Reppe? Der Reppe, der ist fair, der ist in der Korn, der ist in der Korn, der ist in der Korn. Der ist dicht beim Hort, dass er in der Korn ist. Also, dass er die Töpkern kecke, und dort wird und dort hat ihn so gemerkt, dass er in der Früh da ist, dass er da unten der Reppe ist, oder du unten am Ohren ist, und wo du schützt ist, dass er dicht beim Hort ist, wo du das Wort pampen kannst, von der Neue, dass er nichts von dicht ist, aber der Früh ist auf dem Schutz am dem Mann. So, in der Wissenschaft, in der Psychologie, wenn die ein Korn abmüllen, der wieder früh ist rundmüllen, in meiner Feierkonti, also nicht, wenn es der Früh ist rundmüllen, oder was, aber da wird sie abgemüllen. Mir fällt, dass er sich dort abgemüllen hat. Weit ihr warum? Also, Männer sind die quadrotisch und es fällt dort schwanger. Wir müssen aber was nicht früh ist, oder was anfangen, der andere. Aber der Früh ist rundmüllen, Wenn es Gott die Hafte von der Runde nicht merkt. Das gibt dann Probleme mit der Kommunikation. Kannst du mal mit herkommen, Renate? Und was funktioniert dort dann, wann die Töpk, wo ist der gemerkt? Und das kommt dann, also, der soll dichtbij sein, aber der Rabe hat Nachwort. Zu was sind die Rabe? So, Kannst du mal dann einmal rumgüllen? Wenn ihr nun denkt, mich beschützt, wenn es der mit der Rabe rumgüllen ist. Und ich, habe die Vision noch klar, ich passe ab, dann. Aber nun, wie verschiedene Sachen, dann gibt es die Kommunikation Trübel. Ich kann Sachen sein, was sie nicht sagt, und sie sagt, was sie nicht sagt. Wenn das nicht funktioniert, dann wird es unterstritten. Dann sagt er, eins wird, ich sei der Arschel, du kannst nichts zeigen, du nicht? Wer fährt, dass der Mann nicht mal die Butter am E-Shop fängt. Das ist eine Klinik. Die Frühe dreht sich da mal heran, und dann ist das anders. So, ich will das mal dicht bei der Hand hier. So sieht das alles. Das ist die Farm, die der Haft im Unjahdun ist, die das hier ist, in sehr viele Frühs im Leben, der dreht sich raus. Das heißt, ich sage, dass ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, und ich meine, das ist nicht am E-Shop fährt, dass ihr am E-Shop fährt. Aber wir müssen die Marabemisane. Dann hat das ein Stortjum, dass ihr früh so die M-Shop fährt, das ist am E-Shop fährt, wird es eine sehr weltbekommen wir mal vor dich eine ehe, was ist eine ehe? das wurde ehe, was mit h schrieben, e, h, e im jüdischen. man sagt eine ehe kommt und schriebe das h an der märme, das kann himmel bedeuten, das kann hal bedeuten. also die ehe kommt im himmel ab ihr sein, kann hal ab ihr sein. und das ist ein käfig, das wird blüht sein, weil jeder nennen würde, wenn es bei der rückgörgung ist. so wir kommen einmal noch an der rückgörgung. das ist für die ehe. eine ehe ist die dote dote an probleme, teppte leise, die man allein nicht hat, nicht? so, man hat ein probleme, die man nicht hat, wenn man teppte leise, wenn man die ferne nicht hat. das ist eine ehe dote. und wie die tämme, einfach teppte leise. so, manche haben dann, dass ich niemals einig war, wenn es einer anders denkt, ein anderer anders. kein bischbel, ein morgen früh, sagt er schluppig, lege weins im bad, und dann sagt er früh einmal, schlapsel, joo, schluppel. warum? na, ich wollte das weiter mit dem sex. dann sage ich zu euch, schlapsel, ich schlapsel. euer, wy, 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 wy. komplizierte Möcke. So sagt ein frühter Mann wir sind ja 20 Jahre befriedigt, wenn wir da nicht eins und bloß mal fremd sind ok, noch 20 Jahre. 20 Jahre waren niemals fremd, ja. Das Einzige, die lebt einfach aber die sind nicht fremd einer mit den anderen. Sie sind einfach bloß und niemals fremd gewesen. Einige Leute werden immer 24 Jahre befriedigt, also das wird aber besser gesagt, und dann sind sie da zu uns hier und du hast eh röschelt ehenswot. So, wenn du hier röschelst, dann vielleicht auch bei der Barscheine wenn du im Zelt röschelst. Wenn du röschelst ehenswot, dann kannst du und dann sagst dir frühter Mann äh, kannst du mal ein Fenster gut, wenn du dein glaubst, der hier in der Hand hangen und du dir am Fenster noch startest. Und dann sagt heute er, du glaubst du dein glaubst, der hier in der Hand hangst. Wenn er hangst. So. 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 das funktioniert, das hat Gott so gewollt, die frühe Zelle in die Männer unterordnet, das ist, und dann hielt das nicht ab. Also das erste Mal, einer dem Arm, brandt wird Christus. Und hier sagt das, welche Farbe, wo soll ihr früh aufstecken, werdet ihr ihr Mann unterdun sein? Was ist das Modell? Also früh ist, wie soll ihr euch aufstecken, wer soll euch nehmen, werdet ihr ihr unterdun sein? Das ist aus dem Mann, greift es dort unterdun sein, aus dem Mann Christus unterdun ist. Ja? So ist der Mann, der Christus steht, so ist es aus dem Sturm. Als die frühe Zelle nicht in den Mann, wenn es den Mann nicht mit Christus Welt unterdun hat. Wir lesen bloß den ersten Teil vom Text. Ein Pech mit der Bibel, dort wird mir jankert, wenn es eigentlich in der Zentrum der Welt. Den zweiten Teil der Bibel, na, 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 na. Die ganzen Autorität sind, wenn es nicht unterdun ist. Die frühe Zelle, den Mann unterdun, kreikt es, der Mann Christus ist. Habe dann bitte lernen. Habe dann bitte auch, bitte. Sie ist dem Mann Christus unterdun, er ist so in der frühe Zelle aufstecken, wenn der Dämon, der mit Christus respektiert er dem, den weiß ich, dass ich das auch lernen. Wenn sie früh sei, hast du fair, wenn es dir doch nicht, dass ich auch nicht lernen. Ich werde einmal, dass der andere ist, soll lernen, nicht? So, dann denke ich im Montag, äh, Männer, gleich schreien, dass mir die frühe Zelle geht. Und seine Welt nicht wieder wird lernen. Meine frühe hat eben zwar los, den wirkt er immer, und wird praktische Dinge gehaftet, wenn es in der Nähe ist, in der Nähe ist, in der Nähe ist gekommen. Dann fällt noch dritt, und fällt noch jahre, und fällt jahre. Und so er los dann, wenn ich meine Hässchen, dann wollte ich mich reinmachen, und ich wurde willkommen heute, dass er sich willkommen, weil das ist. Dass er sich freut, in die Hässchen zu kommen. Und hat sich ihr liebst doch. Und seine Mohn nicht bloß, dass er früh in ihrer Welt lebt, sondern seine, das scheint, dass er eine Hässchen hat. Manche früh ist, wenn er einen Mohn verloren hat im Leben, da hat er gedacht, warum würde ich nicht die Mohn anders behandeln? Weil ich nie nachher würde, wenn er anders behandeln. So, nicht mal eine Mohn gewöhnen. Interessant, so hat so viel gesagt, wenn man die frühe, wenn man ja tun. Einer dem Ohren, das ist einfach, weil die frühe soll ungedunnen, so ist der Mohn, dem Christus ungedunnet ist, das ist die Gemeinde, Christus, das ist dort so ein Modell, das ist zwei Faschen. Und ich habe die frühe, sieben, ne, ein paar, wo es sagt, wo die Mohn soll. Also für Mohn ist viel mehr erschroven, die Mohn hat viel mehr abgehoben. So viele Mohnen haben die geistliche, einmal die frühe, die war, Lüte. Er kann es dir noch mal wieder gehen, und da mal die Kinder, wenn es da ist, er geht die besten, dass sie frem, also. Einige, du hast den Geld verdient. Einige Mohnen sagen, wo werden die Kinder noch mehr, eigentlich, du hast den Geldgeber. Das ist das billigste, was du dem Geber kommst, im Leben. Wenn es für die körperliche Geist und Seele haben. Dann sagt der Mann, die Mann, sei eine frühe Leube. Was bedeutet der frühe Leube? In diesem Text, wie sagt der frühe, als meine frühe, das wird geläubt worden. In diesem Fall braucht er ein Wort, im Urtext, in der Bibel, im Griechischen, das heißt Agape. In der Bibel, im Griechischen, gibt es drei Werte für Leube. Ein ist Agape, das ist der Leube Gottes. In der Bibel, das ist der Leube des Brüder. Die Brüderleube, was er immer sagt. In der Brüderleube, ist das mein Brüderassistat. Und je hebt das in der anderen Leube, das ist die Eros. Eros wird sexuelläubig gebraucht. Und dann braucht er diese Werte sexuelläubig. Hier sagt er nicht, du hast die in der frühe sexuelläubig. Das ist nachher, in der Marienach werde ich anreden. Aber hier braucht er die Leube Agape. Wel, du hast die die frühe Leube? Die frühe, du hast die so leube Agape. Agape ist eine Leube, wo ich nicht sage, ich glaube die meisten, die müssen, die trainiert, die temerzen. Ich glaube die meisten, die den Tag gebracht hast. Ich glaube die meisten, die zu schreien, die bei den Marienach werden. Nein. Ich glaube die einfach, wenn sie leube. Es ist Jesus, das Gott an das Leube. Dieses Gottesleube, bricht dich hier in diesem Text. Die Mahner, seine der frühe, so leube, aus Gott an das Leube tausen. In der ersten Melancholik, kein Mond, auf dieser Welt, ist fähig, eine frühe Gleitlicht herunter. In keinem Früh, ist fähig, ein Mondgleitlicht herunter. Bütter, da ist die Knur Gottes. Wenn ich da nicht in eine Kraft komme, die habe das nicht. Die habe gesagt, hey, ich weiß so viele Sachen am Leben, ich kann meine Frühe Gleitlicht machen, funktioniert nicht. Ein Politiker sind, frühe, wie ein Bessier, auf einem Weg hier steht, und dann geht der Reporter, der von der frühe, die Frau, macht die Mon die Gleitlicht. Und die Mon die gesagt, ob das ein Bessier harsch kann und sagt, was die frühe sei wird. Und dann sagt die, denkt die, was wird das sein. Und dann sagt die frühe, na, mein Mon macht mich nicht Gleitlicht. Aber, ich sei ja gleich nicht, von dem sie mir sehen. Es ist mein Gleitlicht nicht von Bütter aufhängig. Mein Gleitlicht hängt, ihr steht mit dem Verhältnis mit Gott auf. Ja, ein Mon wird sich selbst annehmen, kann die frühe annehmen. In der frühe wird wirst du Dinge feilen und denken, die Männer nicht werden verschwunden, niemals. Das ist wie Menschen, die dir dir, wird Gott einfach sagen, ein Gleitlicht im Lauf hat. Ein Gleitlicht für, wenn Gott das gesagt hat, Gott hat Gott die Ehre dir. Wir haben es so leicht einmal geschafft. Na ja, und das wird es, weil es sich gut vernimmt, dann ja. Ja, dann wird das eine. Dann sagt ein Mon, sagt eine frühe, die hast du noch versprochen, und fertig ist, sitzt sie mit dem Schmarrer, dann sieht sie dort mal, du hast mir versprochen, den kleinsten Wunsch, was du mir eine Uhr lese, desto wirst du mir erfüllen. Das ist ein Städt befriedigt, sagt sie dort. Dann sagt sie, ja, das ist noch so. Und? Das ist in dieser Uhr, dass ich niemals etwas verlese. Mit dieser Uhr kann ich niemals etwas lesen. Ich finde, es muss kommunikieren, ich kann niemals etwas lesen, ich kann immer bloß eins zu früh haben die Töne blockiert und eins zu meiner Wahl hat nicht lesen, dann muss ich niemals abnehmen, andere. Kommunikation, die schickt immer in der Sinne, oder wie es, nicht? Für die ist einfach noch zu lesen. Ein, ein E-Po hier hat einen Doktor, dann sagt sie, Töpter Bern, und dann sagt sie, Doktor Timon, mir fällt das ganze Üzüeine-Verliehen früher, mir fällt mir übrigens nicht, also der war all eine Krankheit, mir fällt das Üzüeine nicht. Dann sagt das Monterein Doktor, mir endlich auch nicht, aber der Tömer hat der Paar viel Geld, deswegen sind sie immer der Töp. Da war er als die befriedigt. Ich finde, kann ich eine andere aber irgendwie die nehmen. Der Paar hat mir Geld, mir fällt das Geld. Deswegen hat er mich befriedigt. Er hat das im Leben gedauert. Der Ehe ist da, ich sage, auch Gott darf mich so früh da eingestalten bleibe. Der früh darf den du eingestalten diesen Monat respektieren. Da hat Gott den, was ich gemerkt soll. Wer soll ich den Nächsten? ein Ferdinand, Ferdinand sagt, das tat Paul, eines der aus Heutzwort Paul, wie ansatz hat man in der Ehe anders geworden. Als wir frisch befriedigt werden, dann, wenn er in den Hust kommt, dann kommt ein Hund und gerannt den Ball und der Ferdinand und der Hund kommt und der Ball einmal an. Und in der Früh war nachdem ich schlaue vor der und so dass ich schlaue unter hatte gekonnt. Und nach einer Zeit ist es angedreht. Mein Hund kam mit schlaue und meine früche hat geballt. Ich arbeite viel mit Menschen in der Stadt. In Früh ist weil ich teue hart sette, ja leid funktionierter alle bei den Uren. Und wie wohnen mal wo ich eine Stadt auffangen da arbeite bei Batis und heute ist der Däuch beten sie was Batis und die Batis wird dann können meine früher löse verteilen. Ich wohnen drei minuten auf die tue hat am Anfang bin nicht reut weil mich früher anfangen zu verteilen und dann verteilen er kann auch nicht berippen wenn er hat noch klein porsche oder fahrer geholzt ist dort damit wir auf kommen weißt die ich will jeder tue aber wenn wir die ersten 15 minuten keine probleme verteilen er zieht auch nicht reut auf er braucht 15 minuten auf schau dann noch ein terrier tränke dann du kannst verteilen das funktioniert dann fern jeder ehemann seine sache wir kommen wir auf eine sache wo wir uns die leute praktisch ertreiche äh hast die sache wenn die sache und das rechtlich funktioniert dort wir einfach eine dem ordner ertreiche eine andere fern uns mannach kostet immer weiter die sache desayah im nächsten ja der frühe äh wotter der woite war nicht schmack ich glaube muss der woite und bei dem hohe am leute sagt immer war der desayah eine frühe so war ich vor der wollte im ehekan kann wie soll euch fahr üt soll euch deck üt an dert kläub dem man sagt nicht bloß an dert kläub an olle da kommen nicht sehr glücklich dem ehekan brug eis wurde ein gell leute ne ein sie man hat sie da detz min leute nu wollt dir das mal glick im kopp seien wie dat na agape leute ne dat wir ein fahren dat ek also die früh matur sein für dat ek da wir einfach für dat ek einfach alle do ja dann sagt er als das man der früh leute besitzt du deine früh ut kannst du deine früh seien als mir schein von Gott zu sein ey Gott hat mir diese frühe geeft dem der leute wenn die ganz anders ist die die leute als in allen wenn die kreize anders ist aber ich glaube dass die frühe kreize denken wie aus meiner und die frühe machen die kreize denken ist nur früh technisch wie sind bern kreize verschied aus büte und dann einfach teileibe einfach den nächsten teileibe aber ich kann nicht verstehen wenn die leute sind was ist dort ein Ehepaar wo ein Angleich gehabt hat und wo der frühe dann muss da am halb wie du ober sagt das me leute tipp ober der teile erst man wieder wo leute fernste droht und hole der frühe der reit sache man den droht und stie hier einmal und den falschen droht konnt sie doch nicht sein wenn droht riet ja fühlst und das man man so un park ist dann das weiß aber nicht voll schon nicht sein Mond kann nicht sein dass der Mond eine ganze Stadt wird regieren und das wird gar nicht wie Söhne haben sein mein Mond findet nicht mal die Butter Tüße im E-Shop nicht Das ist anders. Das ist verschieden. Im letzten Teil des Textes, da redet er, deswegen kann noch was passieren. Das funktioniert. Also in der Früh, als der Mann sagt, das sind Mann. Und das sagt nicht, alle Männer sind da. Das sagt nicht, alle Männer sind da. Das sagt, alle Männer sind da. So viele Leute sagen, die sind früh, die sind alle da. Nein, das ist das frühes Wort, die sagen, seid nicht mich da. Das sagt nicht, alle Männer sind da. Das sagt nicht, alle Männer sind da. Das sagt nicht, alle Männer sind da. Weil die Texte, die muss die Bibel sagen. Das gefällt mir aus dem Mann nicht weiter. Die Bibel hat immer noch reichen. Gott weiß, was das passt. Nicht eins, was das Verschen lesen, was das auf meine Orten ließ. In dem Mann, nicht anderswegs. So. Dann sagt der Tor, im letzten Teil, Und deswegen wurde der Mann mein Paar verletzt. Und ich wurde ein paar befreit. Und ich habe immer ein, dass euer echte Trüde, mit der Früde ihre Allregung, dem Mann, der seine Allregung, und der Mann, der seine Allregung, und schau's euch. So, schau. Das sagt, immer war der Trübel. Immer war er doch nicht. So, jetzt wird Mann abhauen. Pä, das schmeißt überhaupt nicht. Wenn ihr früde, wird das nicht für ein Päer-Tabakel. Mann, Pä, ja. Das sagt nicht, wenn du noch nicht sagst, wenn du erfuhr hast, die nicht allfültig für Päer-Bak, nein. Das ist noch nicht allfültig. So, das ist eine große Herausforderung. Ein Ehepoar, die wir da sein, wenn sie das verlassen, ein Ingenieur, da wird immer Strom und Kleider, so wie eine Lehrerin, und dann, eins waren dann die Jungen, der höchstens befriedigt sind. Was soll Mann? Ich will dir mal was sagen. In der Früde versteht die Kleider nicht so fände, die Prase aus dir. Du kannst das immer viel weiter machen. Und was sag ich dir mal? Jetzt wird mein Jungen gewollt, ich will dir alles tun. Du bringst sie nicht bloß noch mit. Ich will dir für die Prase. Der Mann hat viel über die Knäute geholt. Ich will dir für die Prase. Ich will dir für die Prase. Ich will dir die Prase. Ich will dir die Prase. Ich will dir die Prase. Und ich will dir das wieder. Aber ich will nicht meine Köpfe zu sehen. Du hast die Schlute für diese Frühe, wenn ich nicht verstehe, die Prase, dann gehst du eben mit Querschefkleider da dran. Ich will dir das mal nach Lehre, da hast du für diese Frühe Schlute. Erst aufschneiden. Das erste, was passiert, wenn kleine Kind die Bude wird, ist hier aufgeschneiden. Ah, mein Kind, so leif, das soll die Schnur nach dem Guttnobel anhängen. Aufschneiden. Hier, ich hab diese Leif aufschneiden. Das immer war eine große Herausforderung. Eine Früh sag ich dir, am Morgen, ich hab den Frisch befrieden. Und ich sag dir, Und ich sag dir, du schaust, weißt du was? Das darfst du nie, ich hätte. Ja? Diese Welt wäre treu. Wow, mein Freund, du kommst dich nicht verstehe, mein Freund, das ist ja schön. Woher, wöw, wöw, das sind meine Gäste dann? Äh, ne, ich mein nicht schwanger. Ähm, Ma, ich komm den Zug von meiner Ma um. Die sind eure Träubel. Meine Ma, wann hertag ich? Der Freude geht ein. Brück nicht berät. Und ich sag, Ma, komm bloß. Woll ich nicht mit meinem Mann berät? Woll ich nicht mit meiner Früh berät? Das ist ja, Brück nicht berät. Nein, 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 nein. Das, was die Bibel da sagt, wenn es einer dem Ordner sagt, oh ja, das ist für die Bibel, aber das gehört nicht für unsere Ehe. Nein, 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 nein. Brück nicht berät. Äh, dann jo. Reagiere ich auf die Sache. Woll ich dann mal fertig? Eine andere Frau kommt und sagt, ich will heute früh leben. Einmal, zwei Mal, mal ihr immer fremd. Einen von meinen Freunden bekommst, der wird sehr warm, aus dem sich befrieden. Und dann, äh, äh, hey, ob ich dich bin. Und wenn er dann befrieden wird, am Montag, dann wird er höchstens mehr Rache. Und dann, nur mehr Rache, wird er da oben, eten. Und, äh, diesen Mann, der schmeckt riesig mit Malt, überhaupt nichts schmeckt, riesig mit Malt nicht, wenn ich ete. Die Brüder von diesem Mann, der wird gut befreundet, in der Jugend mit seinem Brüder, seiner Früh, würde da alle tüpfeln. Und dann, äh, der Brüder, fährt nur mehr an, und diese Früh, und fragt der, was wollt ihr zum Mittag? Und diese Früh, vertelt ganz stolz, wie hat er riesig mit Malt. Und mein Brüder ätert, dem schmeckt das alles, als er erscheint, der hat niemals riesig mit Malt gegeteckt. Das ist so, wie der lacht, plötzlich lacht, und lacht vor. Die Früh wisst ihr nicht, die könnt ihr nicht weiter, oder? Aber das Mann hat so viel Leute, und dann steht, das verrät euch nicht. Und dann, äh, der riesig mit Malt, leif es in der Früh. Wie viele Männer haben, eher der Früh, sollt es dort, wann in der Höschen kommen, hast du mal, aber fehlte heute, oder? Fehlte so halt ich. Fehlte ich nicht mal der Schwingel. Hab sich stunden, die ihr möcht, dass meine Leute, die perviesen nicht mal der Schwingen, fehlte dort, und ich sag's nie, dort fern lebe. Oh, oh. Wir lernen zu uns, äh, Terminalbezeig zu haben. Dann sag ich der Früh, er hat Cupboy von dir. Da hat er nicht der Kopf, da hat er die Uhr weiter, von dort war der Schwingen, die Freude da. Da sitzt du dein Partner. Die nächsten, so ist eine, da hat er einfach, äh, ein Mon, in der öffentlichen Erzählung steht, einer steht einmal, ein Mon, er war voll eine Bank. Seid ihr bestehle? Plus haben wir da nicht mal ein Tiss vorgebracht. Überleicht, das Leben. das Leben. Aus Tiss. Aus der Rechte, der Abwärter, von dem Mond, die Gäb, gönne, oder, gönne, aus dem Hausarast, also dem, was der Ex, die Drei, die Drei, von Tiss war. Aber, die Gäb, 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 Was ist denn mit dem? Äh, einmal war er, und dann sagt er, wenn es den Verloten, in den Kommentaren, weil er der frühere Ältere vorr, in einem Heim, der Mann seine Ältere, dann sagt er, ich meine, wenn es für deine Familie, dann habe ich mich nicht an. Sonst sagt er, meine Familie, deine Familie, das ist eigentlich für alle. Das sagt er, nicht wieder an seine Familie, nein. Das sagt er, nicht an seine Familie. Das Echt, er ist aufgeschlotert. Und er wird verloten. Dann sagt er, deine Mann, der kann mich nicht annehmen. Na, warum nicht? Na, der behundert mich immer aus dem holben Schausel. Aus dem holben Darmkopf. Na, dann sagt er, das erst bloß, wenn es dir immer holt, kam, deswegen. Sonst würde er ganz erschroßelt sein, nicht? Wie funktioniert das mit dem Verlassen? Das ist interessant. Gott sieht doch, wie Adam, der noch nicht nur eine Schwiermache hat, dann sagt er, der soll die verloten, nicht? Und so Adam, der hat nicht Bock mehr holen, der hat nicht, noch nicht, der wird noch nicht geboren, der hat nicht nur eine Schwiermache. Dann sagt er, der soll es verloten. Also, vom Umfang an, wird es wichtig, wenn die Welle funktionieren, irgendwann, in dem Moment, wo eine Früh ein Mondjuh sei, dann ist der nicht mehr unter dem Tag, sondern unter diesem Mond. Und dann ist der Mondjuh und wo ich den beschütze. Soviel ich hier eins war, dann wird der, ähm, einer steht dort der Ältere, der in einem von dem sei, dann, äh, weißt du ja, wie der Mond sei, dass er sich mal anders benannt ist dort, ja, weil es eigentlich nicht das geht, und hier sei, äh, weißt du ja, weißt du ja, da wird der Herr, die Behörden gehen. Das geht nicht darum. Das ist ein Afterreden. Wir sollen gleich nach dem Bett reden. Und wenn die nicht bereit als Bett, mit dem Bett liegt zu reden, dann sollen die dort immer nicht umreden. Wir können nicht erlauben, sovort, wir wollen hier in extrahören, äh, hier, wir achten, wir achten, wir achten, wir achten, wir achten, weil es das Mondo nicht. Nee! Das hätte ich nicht erlauben. Auf keinen Fall! Auf keinen Fall! Auf keinen Fall! Das ist nur ein Fleisch, das wird die Bibel sagen. Das ist nicht, naja, aber weißt du mehr? Nee! Und wenn du nicht bereit hast, den Montestuhl oder der Früttestuhl oder der Teichterräder dann, aufschneiden! Wenn du das nur ein Fleisch das sind nicht mehr zwei Fleisch. Und er sagt, er wird den so behandelt, aus seinem eigenen Fleisch, den so abzupassen. Wie viel wird im Leben passieren, wenn der Nächsten sagt, das ist von meinem Fleisch, das ist mein Bein, und das ist mein Fleisch, und es ist dort, weil ich den behandelt. Besitzst du deinen Partner! Und du, das ist bewiesen, am Leben, wenn man den Partner selber behandelt, nicht aus dem, der wird es, den Partner selber behandelt, aus Gott der Welt haben, dann fangt er ein, verweich zu können, der Wasser. Den Nächsten Läufer, das bedient dem selten Handel, dass er durch, woher zu kommen, aus Gott der Welt haben. Gott hat ein Projekt mit dir, und Gott hat ein Projekt mit den Nächsten. Und Gott hat die und vertritt, diese Früh, dass er so beschützend, so abhalten, dass er dort haben, wo Gott sein Plan ist. Und Gott sagt, ihr wisst, erst nicht, nein, das ist mir mal eins, von der Beizieger, nein, das ist nicht so. Das ist ein Mann, das er neben mir hat. Ein Mann, wenn er weiß, das in der Früh, das heute hält, erst in der Früh, das ist mein Mann. Der kann doppelt so sein, erarbeiten. Und heute, wenn wir mal eine Gruppe junges haben, wenn das nicht so funktioniert, wenn ich arbeite, dann sage ich, das nicht so. Na warum, was soll die Mädchen halten? Nein, das ist ein Rischstuhl in der Küche. Und dann sehen wir uns dann viele alle abreden. Soll ich mal die Vorte? Ich komme dann hier. Ich will sowas von was gleich machen. Dann funktioniert das. Ein Mann, was er weiß, der Früh sagt, das ist mein Mann. Aber das ist schuld für den Mann. Weißt du was? Bei deinen Brüdern, da funktioniert das auch mal. Bei dir er das nicht. Weißt du was? Weißt du, wie man siehst, Jan hat das? Ja, Jan hat das, aber bei dir der das nicht. Dann ist der Mann da alle drauf. Aber wann die Leute, das habe ich nicht geschafft, aber du musst das fragen, ich glaube an die. Ja, dann kommt die Fähre weg. Die Brütteste, die Brütteste, die Brütteste immer, war er, dass er den Juch gibt. Der Mann, der Früh ist, dass er den Mann Juch gibt. Und er sagt, ich glaube an die. Du bist mein Herr. Nichts? Alle Männer, die er das willst, bedient er das nicht selbst. Und du wirst, dass er das gerne machen, dann ja. Warum hast du ihn dann nicht an, wie du willst? Aber das verglichen. Und dass die dort, an deinem Form, soll sein, dass der Umgang abgehoben wird. Hat er ja noch früh studiert? Nein. Das ging ja früh. Und wir haben immer wieder die Tendenz, zu verglichen. Gott macht uns da wieder halb an, dass wir den nächsten so sein können, als Gott dort wählen. Wo sind die Hindernisse, wenn wir sagen, ich möchte den nächsten Dollar loben. Und das abgegeben, also wenn ich bitte abgegeben will, im ersten Teil, wieder abgegeben, dass du die annehmen kannst. Wenn du im Spiel tickst, und sagst, okay, das habe ich mir gedacht, 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 Der zweite Abgrund, ist, den nächsten Sibberhund, das geht mit meinem Herrn, in einem größten Teil, was aus meiner Liebe immer vorfällt, den nächsten Teil loben. Wir haben nicht darüber, dass andere Menschen, was geht es zu sein, aber den Partner positiv zu sein. Was finde ich denn, alle Tage, ich kann alle Tage, meine Früh, was positiv zu sein. Ich war alle Tage, was geht es, mein Mann zu sein. Und, was geht es an? Ja, was geht es an? Aber, wir haben die Möglichkeit, nicht zu essen, sondern zu reden. Und Gott, weil wir die nächsten Säen erzählen, hat viel damit zu tun, wie soll ich meine Früh. Soll ich das immer negativ? Das ist immer nicht. Wenn es wie keine anderen Partner so klein aus der China kamen, dann ist es so leicht, die negative Höhe zu sein, und die positive nicht. Dort kommt uns Jesus im Säen. Bei den Bibeln, wenn ihr anzuschicken, dann sagt ihr, das ist immer ein Streck, das ist negativ, das ist negativ, das ist negativ, das ist das. Da ist Jesus Christus, dann gibt es zwei Strecke, dann gibt es das. Wir können uns Jesus in diesem Projekt halten. Ein Mann, eine Früh, in Jesus, dass die Ehe funktionieren kommen. Wir wollen beten, und dass Gott uns teuren Halten kommt wieder. Jesus, wir haben uns die Bibel geöffnet, die gesagt hat, den Epheser, dass die Früh, die soll an einem Mohn sein, und dem Mohn sein, und dem Mohn, die Frühläufe. Und wir können so leicht, dass die, was die Früh soll sein, aus dem Mohn, dort kann ich sagen, wenn ich Früh soll, mal das andere, dann ist leicht, dass die Kirche aus dem Text, was ich soll. Und für die Früh ist es leicht, dass die Kirche, was die Mohn soll sein. Und dann soll die Bibel lesen, dass die Bibel für uns persönlich ist, nicht einmal Tag für den Nächsten. Und dann soll ich lesen aus der Bibel, und dann soll ich, nächstes seid mir der Fährstall. Ich schenke uns nun wieder deine Rippe. Amen.